Sport ist für mich Emotionen pur. Wenn ich Sport mache, kann ich mich ausleben. Ich habe eine scheisse Freude. Wenn ich Sport mache, gibt es mir im Alltag viel besser. Und ich fühle mich einfach, es gibt zufrieden hier zurück. Ich bin Urs Colli. Ich bin hier in Käser, in St. Antoni. Ich hatte im 1989 einen Unfall mit dem Motorrad. Ich habe dann noch das Bier verloren. In der Zeit konnte ich sehr viel Sport machen, im Behindertensport. Ich konnte dort an verschiedenen Olympiaden mit Goldmedaillen erfolgen. Ich bin nachher auf Käse zurückgekommen. Heute bin ich in der Lage, selber Käse einzuführen. Ich darf den Käse machen, Gruyère Alpe, von bisher zufrieden. Dieses Wochenende, 30. und 30. Mai, ist der One Million Run. Ich bin dabei, mit der ganzen Familie. Wir wollen uns einen Beitrag dazu leisten, damit wir eine Million Kilometer zusammenbringen in zwei Tagen. Mach du auch mit. Wir werden Spass haben und am Sonntagabend Erfolg feiern können.